Was geht ab? Being Savages und willkommen zu einer weiteren Episode. Good old, lass uns reden. Was schlabert der Ferdi eigentlich? Der labert von... Er wüsste einfach, was nach dem Tod passiert, vor der Geburt. Er labert von diesem Universum, dieser Liebe. So, wo ist der Beweis? Ferdi, wo ist der Beweis? Wo ist der Beweis? Lehn euch zurück. Schnallt euch an. Wo ist der Beweis? Ich hab keinen Beweis. Scheiße, ich hab mich ertappt. Ich hab keinen Beweis. Bei diesen Dingen, wie... Was passiert nach dem Tod? Da gibt's keinen Beweis. Da musst du dir quasi aussuchen, was du glaubst. Aber... Wenn du weißt, dann weißt du. Und dann weißt du. Du, 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 du. Und das ist so schön, dass wir keinen Beweis haben, sondern dass jeder es selber entdecken kann. Weil... Full circle. Darum sind wir hier. Weil wüssten wir ja schon, dann wären wir ja gar nicht hier. Dann wüssten wir ja schon. Aber wir vergessen, um uns wieder daran zu erinnern, nicht neu zu lernen, sondern wir wissen alles schon. In Spirit. Jetzt labert er wieder von Spirit. Lehn dich zurück. Macht euch einen Tee. Backt euch was im Ofen. Wie Brittany und ich das gerade machen. Hier in Akiyaka, in der Türkei. Heute fliegen wir nach München. Home sweet home. So, bei diesen Dingen. Da. Oder worüber habe ich gerade geredet. Genau. So. Wir kommen hierher. und wir vergessen, um uns neu daran zu erinnern, für eine neue Erfahrung. Und es ist immer das Entdecken, Erfahren, die Reise, die Discovery, weil es gibt kein Ankommen. Und das ist, that's the point. The Discovery. Wow, und jetzt habe ich das rausgefunden und das über mich gelernt und mich daran mehr und mehr erinnert. Und ja, das bin ich. Und ja, das fühlt sich gut an. Und okay, krass, ja, okay, jetzt habe ich das gesehen. Jetzt kann ich das nicht mehr nicht sehen, weil ich habe es ja erfahren. 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 Wow. Die Erfahrung. Die Erfahrung. Die Erfahrung. So, nehmen wir ganz einfach das Beispiel. Bevor ich das erste Mal in Thailand war. Oder bevor ich das erste Mal auf Koh Phangan war. Das erste Mal war letztes Jahr. 2022. Ich habe Videos angeguckt. Ich habe darüber gelesen. Ich habe mit Freunden darüber geredet, die schon da waren. Und dann hatte ich eine Vorstellung. Excitement. Aber da habe ich schon lange gecheckt. Keine Erwartung daran zu knüpfen. Dass ich nichts erwarte. Und dann enttäuscht werde. oder was Bestimmtes erwarte. Und dann schon voreingenommen bin. Sondern einfach Vorfreude. Excitement. Ja, ja, ja. Das resoniert übelst. Ja, ja, ja. Irgendwas in mir zieht mich dahin. Aber wie es dann ist. Ist deine Erfahrung. Und so ist es dann. Für dich. Aber nur für dich. Weil es ist deine Erfahrung. Du kannst so viel lesen. So viel studieren. Über was auch immer du willst. Ist aber deine Erfahrung. Ist das Einzige, was real ist. Und das ist dann nicht die universelle Erfahrung. Sondern deine Erfahrung. Weil du kreierst deine eigene Realität. Wie kommt es, dass ich auf Copangani die geilste Erfahrung hatte. Die Liebe meines Lebens gefunden habe. Tschüss, Walla. Das war so krass. Auf der ersten Playparty war. So inspiriert war. Zurück nach Berlin gekommen bin. Meine eigenen Playpartys gehostet habe. Wow, 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 wow. So viel mitgenommen habe. So krasse Aesthetic Dances. Die mir so viel gegeben haben. So viel mehr dadurch den Flow in allem entdeckt. Und einfach zurück nach Europa. Zurück nach Deutschland gekommen bin. Und dann nicht mehr in meinen Glaubenssätzen. In meinen Routinen drin war. Und wenn du drin bist, dann siehst du nichts anderes. Sondern da mal rausgezogen wurde. Und dann zurückgekommen bin. Und dann die Sachen von außen betrachten konnte. So, okay, ich gehe zurück nach Berlin. Und gehe ins Gym. Und alle laufen wie Maschinen rum. Da lagen jetzt diese Übung und so. Und ernst. Und in Koh Phangan einfach nach dem Aesthetic Dance am nächsten Tag war ich einfach im Gym. Übelst am Flown. Und war so, okay, ich bin überall am Flown. Ich folge meinem Excitement jeden Moment. Und mache alles so, wie es mich excitet. Und nicht hier wird trainiert. Hier wird getanzt. Hier wird gegessen. Sondern flowy-dohy. So, wie es mich excitet. Ich sehe alles als leere Leinwand. Weil das ist es. Und ich kreiere. Mit meinem Pinsel. Ich bin der Master Creator. Und was ich heute im Gym mache, das weiß ich nicht. Und dann bin ich im Gym. Und dann folge ich meinem Excitement. Was mich auch immer excite. Und dann ist es einfach zu flowen. Dann ist es zu tanzen. Dann ist es einfach richtig schwer zu trainieren. Dann ist es einfach auf dem Cardi-Buree zu sein. Und einfach einen richtig nicen Instagram-Flow zu machen. Eine Mischung davon. Mich zu stretchen. War schade zu hören. Was auch immer mich excitet. Und ich bin da, weil ich Bock hatte, mich zu bewegen. Aber wie ich mich dann bewege? Moment to Moment. Moment zu Moment folge ich meinem Highest Excitement. Meine innere Stimme. Ja, ja, darauf habe ich Bock. Das mache ich. Und das mache ich so, wie es machen will. Losgelöst von Gesellschaft. Wie andere Leute auf mich gucken. Und da war diese Insel für mich so heilsam. Da mal so rausgenommen zu werden aus unserer Gesellschaft. Weil wir gehen ins Gym und alle. Oder die allermeisten sind so ernst und machen das so und so. Und dann kommst du dir voll Fehler am Platz vor, wenn du es mal anders versuchst. Und dann wirst du auch sofort gejudged von vielen. Oder komisch angeguckt. Aber worauf ich zurückkommen möchte, ist deine Erfahrung. Und dann nicht so ist es, sondern deine Erfahrung. Und deswegen auch hier alles. Deine Glaubenssätze. Was du glaubst, das erfährst du. Und wenn du wirklich mehr und mehr aufwachst. Dann checkst du dir die universelle Wahrheit. Dann checkst du, was du sagst. Was du glaubst. Was du wirklich am meisten glaubst, das ist wahr. Was du am meisten glaubst, das ist für dich wahr. Und was ich am meisten glaube, das ist für mich wahr. Wenn ich sage, ich kann, wenn ich wirklich glaube, ich kann das, dann kann ich das auch. Wenn ich glaube, ich kann das nicht, wenn ich wirklich glaube, ich kann das nicht, dann kann ich das auch nicht. Und dann erfahren wir hier in dieser menschlichen Erfahrung deine Glaubenssätze. Was du glaubst, es war, das erfährst du. Siehst du? Und dann kriegst du die ganze Bestätigung. Aber es ist, siehst du, weil du daran glaubst und dann die Reflexion bekommst. Siehst du, es geht nicht. Ich gehe zu dem krassesten Heiler und bin voreingenommen, dass der mich auch nicht heilen kann. Und ich gehe da raus und ich sage, siehst du, der konnte mich nicht heilen. Ja, du kriegst genau die Bestätigung, weil du glaubst ja, er kann dich nicht heilen. Weil keiner kann dich heilen. Du kannst dich nur selber heilen. Und du kannst andere Leute dafür, quote unquote benutzen, dir helfen lassen, indem du resonierst. Aber keiner am Außen kann dich heilen. Du kannst nur zulassen, dass es resoniert, um dich selber zu heilen, um dir selber helfen zu lassen, um dir selber zu helfen. Indem du hier den Podcast anhörst und einfach deinen Verstand öffnest, ohne voreingenommen zu sein. Weil dann lässt du dir selber nicht helfen. Und es ist ja auch voll okay. Mach, was du willst. Freedom is your birthright. Aber check, es kommt immer darauf zurück. Der Kern, der universellen Message, das bist alles du. Du bist der Master Creator. Und dann bist du hier auf diesem Planeten vielleicht 133 Jahre und siehst du, so ist die Realität. Und ich erfahre genau das. So ist es. Und dann, quote unquote, stirbst du, aka wachst du auf und bist so, okay, das war so, das war wahr, weil ich das geglaubt habe. Aber das bin ich. Wum, in spirit, meine higher self, das bin ich. Wum, du erfährst deine ganze Live Review. Okay, krass, wie du alle Leute geimpacted hast, dies, das. Und wie du deine eigene Realität kreiert hast. Wie wir hier auf einem riesen Schachbrett diese Regeln beachten, dass wir alle zustimmen. Das sind die Regeln der menschlichen Erfahrung. So wie wenn wir Schach spielen. Und es ist so nice, Regeln zu haben, weil sonst würde ja nichts Sinn machen. Dann wäre ja sofort langweilig. Und dann, okay, wir haben ja alle zugestimmt, der Consensus Agreement, diese menschliche Erfahrung zu erfahren. Aber wie du sie spielst, du kreierst deine eigene Realität. Und deswegen, wenn ich sage, so Dinge nach dem Tod, da musst du dir quasi aussuchen, an was du glaubst. Und je mehr und mehr du aufwachst, kommst du sehr schnell an einen Punkt, wo es kein Glauben ist. Oh, ich glaube, dass es nach dem Tod weitergeht und dass man reinkarniert und dass man eigentlich nie stirbt. Dass es kein Glaube mehr ist, sondern Wissen. So, ich, Ferdinand Beck, ich weiß es. Und ich habe dafür keinen Beweis, weil das ist, genau das ist der Beweis. Weil sonst hätten wir keinen freien Willen. Sonst könntest du, sonst müsstest du mir ja glauben. So, wenn jetzt meine Bros landen aus dem UFO, wenn jetzt Assasanis im UFO landen und es überall in den Medien ist, ja, dann musst du ja dran glauben. Und dann ist so, oh, die kommen von oben, unsere Götter. Nee, 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 nee. Warum denkst du, landen die nicht? Warum denkst du, landen gerade keine Aliens Außerirdischen für Mainstream? Weil wir sonst unseren freien Willen einschränken würden. Und das ist so schön, dass du hier glauben kannst. Der Ferdinand, der labert übelste Scheiße. Der Ferdinand, Totalschaden, komplett auf Drogen hängen geblieben, der ist versunken, der glaubt an Aliens. Und dann kannst du das glauben. Und dann erfährst du auch das. Ja, Ferdinand, den guckst du dann einfach nicht mehr und lässt das einfach über den und stempelst das einfach ab als verrückt. Weil du bist der Master Creator. Du hast einen freien Willen. Du hast die Wahl. Und das ist so schön. Und I want to believe. Und deswegen, weil ich glauben wollte, war ich auf dieser Frequenz so, was du glaubst, deine Glaubenssätze. Kommt immer zurück zu deinen Glaubenssätzen. Weil meine, mein Verstand offen war und ich so, wow, okay, ich weiß ja nicht, aber es excitet mich. Da war halt dieses Excitement, weil es kommt zurück. Wer bist du? Wer bist denn du? Ja, was dich excitet. In diese Richtung. Ja, 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 ja. Und mein Excitement hier, der Ferdinand, was ich mir ausgesucht habe, hier menschlich zu erfahren, ist verdammt außerirdisch. Und das finde ich verdammt geil, weil das bin ich. So, ich habe mir ausgesucht, in spirit, hier, ich habe Bock, 1992 auf diesen Planeten Erde zu kommen und sehr früh aufzuwachen. Mich sehr schnell mehr und mehr erinnern, wer ich wirklich bin und nie wirklich so viel zu vergessen, wie viele andere. Und sehr schnell viele Connections mache zu meinen Counterparts und jede Nacht, wenn ich träume, mehr und mehr mich erinnere und aufwache, wer ich wirklich bin und wirklich aufwache und besucht werde. Denn ich sage dir, würdest du das erfahren haben, was ich erfahren habe, würdest du genauso reden wie ich? Würdest du genauso reden wie ich? Weil wenn du es erfahren hast, dann kannst du es nicht mehr erfahren. Du bist in der Schlange von einem coolen Disneyland Ride und du keine Ahnung, wie es wird, hier, Man in Black, Man in Black und dann erfährst du es, dann bist du drin, dann kannst du es nicht mehr nicht erfahren. Und dann wumm, träumst du, aka wachst du auf und bist wirklich wach im Traum, nicht nur Lucid, wirklich wach im Traum. Und da steht ein Alien vor dir und er berührt dich im dritten Auge und du fällst durch Dimensionen und du wachst auf, weil du hast Angst. Und dann warst du so, okay, krass, das war einfach, das war kein Traum, das war okay. Ein paar Nächte später passiert das gleiche wieder, wumm, und du hältst es länger, weil es excited dich. Und wenn ich Excitement ausstrahle, dann erfahre ich es mehr und mehr. Du kannst es immer lenken. Und dann, wow, this is too much, so wow, durch Dimensionen, ich werde semi-physical, non-physical, wow, und dann wache ich auf. Und dann passiert es wieder und dann bin ich aber excited da zu bleiben und dann, und dann bleibe ich da. Und dann sind da andere Beings und die sind so, hey Ferdi, komm, wir wollen dir Dinge zeigen. Und dann, dann wachst du auf und bist so, okay, krass, ich bin nicht verrückt, ich habe einfach sehen dürfen, und und habe mich einfach an so viel erinnert, was schon immer da war, was immer da sein wird, einfach aufgewacht. Und dann fange ich wieder an zu träumen, aka wache auf in diesen Realitätstraum. Aber kann mich weiter daran erinnern. Und dann fängst du an, durch alles durchzusehen. Durch andere Leute, durch wie sie ihre Realität kreieren, basierend auf ihren Glaubenssätzen, und dann siehst du an ihrem Handeln, an ihrem Vibe, an ihrer Mimik, was sie glauben und siehst dann, was sie machen, aber dass das gar nicht ist, was sie wirklich machen wollen, sondern warum sie das machen, warum sie das eigentlich machen, was sie eigentlich wollen. Was sie sagen, aber was sie eigentlich meinen. und dann wird es challenging, mit vielen Leuten zu sein. Mama, was stimmt mit den Menschen nicht? Warum passt, was sie sagen zu dem, was sie wirklich denken, nicht? Mama, was stimmt mit den Menschen nicht? Warum passt, was sie sagen zu dem, was sie wirklich denken, nicht? Lein von Genetik, Grüße gehen raus an meine Alienbrüder, die auch sehr früh aufgewacht sind. Good morning, vegan savages. Wow, wo waren wir denn da? Wo waren wir denn mal wieder? Irgendwo und nirgendwo. Der zwielichte Gefährdi. Okay. Worüber will ich noch reden? Und wie ich es vor ein paar Podcasts schon gesagt habe, in dem Video, in dem Podcast Klarstellung, da habe ich ja die ersten 20 Minuten oder so debunkt, was halt so schnell mir in den Kopf geschmissen wird, weil viele, die das hier nicht verstehen und denen das hier Angst macht, weil das resoniert unterbewusst und dann ist halt so, ja, wach auf, aber nein, dann muss ich ja meine ganze Realität ändern und deswegen hate ich das einfach und will das gar nicht reinlassen in mich, sondern stempel es ab mit verrückt oder Drogen. Und die beiden Dinge habe ich ja in dem Klarstellungspodcast in den ersten 20 Minuten oder so debunkt und deswegen hört euch den Podcast gerne an, aber nochmal kurz bezüglich Drogen, weil da kriege ich auch sehr viele DMs, so, ja, ich verstehe das aber nicht mit den Drogen. Da bin ich so, hä, welche Drogen? Den Instant Coffee mit Pflanzenmilch, Zimt und ein bisschen Proteinpulver mit heißem Wasser, den ich hier vor dem Podcast getrunken habe. So, welche Drogen? und dann, ja, es ist, es ist doch so, es ist doch so, ich rede doch so viel darüber in meinem vergangenen Podcast und die Leute, mit denen ich hänge, die ihr auch seht und die viele auch haten, die auch am Aufwachen sind und aufgewacht sind, die haben die allermeisten von denen Erfahrungen mit Blend Medicine, mit Psychedelics. ist doch überall draußen, hört euch meine Podcasts an, hört euch meine Erfahrungsberichte an, aber das so, das sind Erfahrungen, das erfährst du, also so, so habe es ich benutzt und so benutzen es die allermeisten meiner Freunde, du erfährst das ein paar Mal oder einige Male, um sehen zu dürfen und dann, once you know, you know, dann hast du es erfahren und dann kannst du es nicht mehr nicht erfahren und dann, weil es bist ja alles du, es ist ja nichts im Außen. So, du benutzt diesen Permission Slip und alles ist ein Permission Slip, nochmal ganz kurz, alles, 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 jedes Ritual, jeder Gegenstand, jede Unterhaltung, alles, was du machen kannst, ist ein Permission Slip ein Erlaubnisschein, ich mag das englische Wort viel mehr, es gibt dir mehr Erlaubnis, du, mehr Permission, mehr Erlaubnis, du selber zu sein. So, die kalte Dusche heilt mich nicht, ich gebe mir Erlaubnis, dass es sich gut anfühlt, meine Durchblutung, das nice, fresher Start in den Morgen, ich fühle mich wach, aber es bin alles ich, ich, ich und ich, ja, was mache ich denn? Ja, was mich am meisten excited, weil diese Dinge, Gegenstände, Rituale, diese Permission Slips, die dienen mir am meisten, aber nicht, weil es was im Außen ist, sondern weil ich dem Erlaubnis gebe, mir zu helfen. Und es bist alles du und wenn dich auf deiner Reise Excitement für pflanzliche Medizin kommt und kommt, dann kannst du dieser Pflanze Erlaubnis geben, dir zu helfen, aber es bist alles du, alles bist du, 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 du und deswegen mach nicht, was er macht, was sie macht, mach nicht, was ich mache, mach was deine innere Stimme, dein Excitement dir sagt. Ein kurzer Disclaimer, wenn es dich auf Psychedelics bringt, Safe Use, Safe Use, Safe Use, Set Setting, Dosierung bei einer höheren Dosierung, ein Trip Sitter, diese Dinge unbedingt beachten. Unbedingt beachten, weil Psychedelics heilen dich nicht einfach. Oh, jetzt bin ich, jetzt bin ich erleuchtet. Nein! Es erhöht deine Frequenz und das, was in deinem Kopf passiert, zehnmal lauter visuell und wenn du da einfach übelst lost bist und verzweifelt, dann ist diese Verzweiflung einfach sehr laut und wenn du da nicht guided bist und auch nicht deine Vorarbeit geleistet hast, geleistet, das Wort mag ich auch nicht, sondern einfach so, okay, aber eigentlich fühlst du dich noch gar nicht ready, weil deine innere Stimme sagt dir genau, dein Excitement sagt dir genau jetzt oder es ist einfach Anxiety verdeckt als Excitement. Oh, ja, 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 das excitet mich, aber eigentlich ist es einfach nur, ich will jetzt Hilfe und damit ich verzweifle, es ist einfach nur Verzweiflung. Bevor ich das erste Mal Psychedelics genommen habe, bevor ich das erste Mal in meinem Leben Zauberpilze konsumiert habe, ich habe circa ein Jahr recherchiert und dann hatte ich die Erfahrung und dann war ich so, wow, ich weiß ja fast gar nichts und dann habe ich übelst viel recherchiert und dann wurden mir alle meine Ängste genommen, weil ich einfach gecheckt habe, wie ich einen sicheren Rahmen darum kreiere und dass ich vor nichts Angst haben muss, weil ich meine Arbeit an mir selber geleistet in unserer Leistungsgesellschaft, weil ich das gemacht habe, was mich excited hat und das hat mich übelst excited und wenn du vor was Angst hast, wenn du excited bist, aber vor was Angst hast, dann dann gehen diese Ängste rein und transformier die und so und das das sind diese ganzen schönen Challenges und das ist der und that's the point to grow, to expand, it's always about becoming zu werden, aber es gibt kein Ankommen und dann diese Ängste zu transformieren, that's the point die Erfahrung, das ist es, es gibt kein Ankommen jetzt zurück zu Drogen so ich habe schon länger keine Psychedelics mehr konsumiert und von anderen Drogen war ich noch nie ein Fan und excited früher paar mal Alkohol hat mir gar nicht getaugt und ich bin überhaupt nicht voreingenommen so mach was du willst und auf irgendeine Weise kann man die allermeisten Dinge die allermeisten Permission Slips nutzen, dass sie einem dienen aber es ist halt wieder Excitement und viele Substanzen exciten mich gar nicht und nüchtern ist mein Lieblingszustand denn ich habe es einfach integriert full integration baby so das was ich sehen durfte das was ich verarbeiten durfte das habe ich integriert und das bin ich und das verkörper ich verkörpern sei es du bist es bist alles du und zum Beispiel eine meiner letzten Drogenerfahrung war in Thailand da habe ich Weed geraucht ich habe mein Leben nur paar mal Weed geraucht und nicht weil ich darauf stolz bin so ich habe Freunde die haben tausende Male Weed geraucht und es ist alles so dient es dir oder dient es dir nicht so wenn du Leute verurteilst okay dient dir das so die Frequenz von Judgen jemand zu verurteilen dient mir gar nicht das erlaubt mir so gar nicht da zu sein wo ich sein möchte wo möchte ich sein ich möchte ich sein und deswegen frag dich mal wenn du Leute verurteilst die irgendwie viel dies konsumieren oder World of Warcraft spielen oder das ist gut das ist schlecht so dient dir das erlaub dir das da zu sein wo du wirklich sein möchtest du zu sein und es ist so frei nicht mehr zu Judgen es ist so frei so frei setz dir doch eine Challenge einen Monat nicht mehr zu lästern einen Monat kein Blackmagic nicht mehr zu Judgen immer wenn du jemanden Judgen so habe ich das am Anfang gemacht ich habe mir auch eine Challenge gesetzt und dann wenn ich gemerkt habe ich verurteile gerade jemanden dann sehe ich mich aus der Vogelperspektive okay diese Person wie der gerade die Frau anspricht eklig und dann ziehe ich mich aus der Vogelperspektive und bin so okay sehe woher die Person kommt du würdest genauso handeln wie diese Person wärst du diese Person genauso ganz genauso weil hätte ich diese Dinge durchlebt diese Kindheit und wäre diese Person hätte genau die gleichen Glaubenssätze dann würde ich genauso handeln weil jeder handelt aus der Liebe jeder 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 aber viele haben halt sehr negative Glaubenssätze dass sie denken das ist liebevoll um diese Dinge zu machen um so abwertend mit dieser Frau zu reden zum Beispiel und dann zoome ich mich raus aus der Vogelperspektive sehe dass ich genauso handeln werde wäre ich diese Person und dann schenke ich dieser Person also ich bleibe da drin ich schenke und dann komme ich zurück in mich und ich schenke dieser Person einfach Liebe so ey ich verstehe dich und du willst das gleiche wie ich wir sind alle eins wir wollen alle Liebe wir wollen alle das gleiche so und I'm standing love und wenn 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 da was ist wenn da was ist wo ich excited bin dass ich helfen kann dass ich dazwischen gehen kann dann mache ich das aber aus der Liebe raus aus der Liebe raus und das ist so frei und das ist so schön und das das kreiert den größten Impact Leute da abzuholen wo sie wirklich sind und deswegen ist das eine krasse Challenge hier Social Media zu machen weil mit was rede ich gerade mit meiner Kamera mit meinem Podcast Mikrofon da steht niemand und es hören tausende von Menschen und die einen fühlen es gerade übelst und die anderen haben es richtig falsch verstanden was ich gerade sage und würde ich hier eine Person vor mir haben sehe ich ja in deiner Mimik dass die das gerade falsch versteht und dann stellt die Person eine Frage und dann können wir das klarstellen und wir legen uns zusammen in die Liebe wir legen uns in die Liebe rein und so und deswegen one on one Flash ich Leute also ich hatte noch nie einen Hater beziehungsweise ich hatte noch nie einen Hater der nach unserer in Person Unterhaltung ein Hater geblieben ist weil ich die Person genau da abhole wo sie ist weil ich die Person channel ich lasse sie wirklich öffnen und sehe genau wo die Person ist und hole sie da ab und wir legen uns in die Liebe und ich mache die angstbasierenden Glaubenssätze groß und ich versichere den Leuten sie sind sicher und wir können hier reingehen und wir können das transformieren weil ich finde genau das was dich am meisten beschäftigt und viele Leute wissen gar nicht was das ist weil sie denken das auf der Oberfläche ist es darum worüber wir gerade reden aber das ist es in den allermeisten Fällen gar nicht sondern hier viel weiter unten tief ja ich will auch gesehen werden ich will auch Liebe ich will auch das machen was ich liebe ich will das auch machen und deswegen hate ich auf der Oberfläche und sag für dich ist ja einfach als Millionär und das Geld hast du vermutlich einfach von bababa aber hier unten ist ich will auch ich will auch und ja ich weiß du willst auch und ich will dir helfen und ich weiß ich kann dir nicht helfen sondern du kannst dir nur selber helfen indem ich resoniere deswegen bin ich excited zu resonieren damit du dir selber helfen kannst weil ich hab Bock jedem zu helfen weil ich hab Bock auf eine harmonische Erde ich hab Bock auf eine größere Familie ich hab Bock dass wir Homies sind und dass wir zusammen einfach unser authentisches Ich verkörpern und einfach zusammen spielen und du machst was du liebst und ich mach was ich liebe und wir kriegen diese Reflexion und wir shiften einfach in eine Welt wo jeder macht was er und sie liebt und dafür gesehen wird wow und deswegen ja Challenging auf Social Media aber I can take it so ich ich kann von so vielen Leuten falsch verstanden werden ich kann so viele Leute triggern und challengen weil ich weiß was sind denn wieder Trigger so es triggert die Person weil die weiß da da ist was aber da will ich nicht hinschauen deswegen hate ich's aber der Ferdi hat's ja getriggert und ich versuche ihn zu stürzen aber er ist immer noch am Smilen schon seit Jahren Scheiße bei mir ist alles Scheiße vielleicht schaue ich da jetzt mal hin was hat er denn da genau getriggert mein inneres Kind nehm ich in den Arm ich will auch Ferdi ich will auch das was du alles sagst will ich auch aber ich kann ja nicht aber ich kann nicht weil ich es sage ich kann nicht das ist ja das ist ja was der Ferdi sagt er sagt was ich sage what you say goes und ich fange jetzt an zu sagen ich kann und ich schaue hin und ich integriere es und ich transformiere es wow und meine DMs sind so voller Liebe so voll mit Ferdi ich hab dich so gehatet so gefrontet ich dachte du bist ein ADHS gestörtes Opfer und einfach total hängen geblieben und jetzt hab ich gecheckt du bist einfach aufgewacht und es resoniert mehr und mehr und mehr und wow meine Realität explodiert in den schönsten Manifestationen wow 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 einfach danke vom Herz und ich finde nichts zu danken es freut mich so sehr es freut mich so sehr genau langer Bogen worauf wollte ich zurückkommen Weed Erfahrung auf Koh Phangan Weed ist in ganz Thailand seit letzten seit Herbst 2020 glaube ich komplett legal und da waren wir am Strand haben Weed geraucht und dann bin ich mit Brittany und Afro zur Massage gegangen und dann ging es richtig los wumm 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 ich habe auch einen englischen Podcast darüber gemacht und viele Leute rauchen Weed und sind so wow relaxed kommen sehr im Hier und Jetzt an und gut gelaunt und einfach sehr im Moment präsent und werden sehr kreativ machen Musik was auch immer was hier halt excited oder halt auch nicht und bei mir ging es halt wupp direkt in Spirit in DMT World wie auch immer du es nennen willst weil was halt wieder Psychedelics macht und Weed ist auch eine Psychedelic es erhöht deine Frequenz und ich weiß dass ich eine sehr sehr hohe Frequenz verkörper wie kannst du deine Frequenz erhöhen es kommt immer zurück auf die Formel folge deinem Excitement folge deinem Herz und folge deiner Leidenschaft je mehr du das machst was du liebst desto eine höhere Frequenz Vibe Energy Frequency Vibration verkörperst du bist du das kannst du messen alles alles sind Frequenzen alles 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 so viele Leute die gucken mich an und für die einfach so mein Vibe so Ferdi du du leuchtest du hast dich verändert wow das ist einfach ja so ich sag dir würden wir in die Zeit reisen und mit Menschen vor 300 Jahren chillen für die würden wir leuchten aber wir haben uns halt sehr daran gewöhnt wie wir unsere Frequenz erhöhen und manche erhöhen ihre Frequenz schneller manche langsamer und da ist überhaupt keine Wertung und nichts ist eine Wertung so mein Excitement ist es einfach gefühlt seit Tag 1 meinem Excitement zu folgen ich zu sein hier und da mal nicht meinem Excitement zu folgen um zu versuchen mit der Masse zu schwimmen und das zu machen was Gesellschaft sagt und dabei habe ich mich immer so dumm gefühlt dass ich dann ganz schnell wieder ich sein will und das machen will wer ich bin was ich liebe und das sein verkörpern sein I am I am ich bin das bin ich das zu sein nicht intellektuell zu verstehen ja so aber ich mache es ja nicht ja dann bist du es auch nicht und ich verkörper im Body verkörper eine sehr hohe Frequenz ohne dass da irgendeine Wertung drin ist dass es besser schlechter ist nein wir fangen irgendwo an weil wir wollen ja eine Erfahrung um dann zu erfahren wie wir unsere Frequenz erhöhen oder auch nicht erhöhen aber Bewusstsein Consciousness will immer sich evolutionieren evolven immer weiter das neue iPhone 14 ey so krass aber es ist nicht so Apple ist jetzt so ja das neue iPhone 14 so jetzt hören wir auf weil das ist ja krass nee immer schneller größer kleiner besser Consciousness evolves von tippendem Handy auf Touchscreen auf keinen Knopf unten beim iPhone auf Artificial Intelligence was nicht Artificial ist weil Intelligence ist Pure Consciousness wow welcome und ich habe Weed gesmoked und es hat halt meine sehr hohe Frequenz die ich verkörper nochmal erhöht und da war es halt nicht einfach so chilly-milly wow einfach nice stoned sondern oh shit ich bin zu wach und was meine ich mit zu wach ich bin so wach dass es sich nicht gut in meinem Körper anfühlt dass ich einfach so wach bin dass ich voll wach bin welcome to the multiverse einfach komplett in spirit bin ich bin meine Vorstellungskraft und ich sehe die unendlichen timelines und ich sehe wohin Dinge gehen wohin Dinge gehen können ich sehe Dinge die zu viel sind dass es diese menschliche Erfahrung zerstört und ich verschließe mir diese Dinge selber wieder damit ich weiter hier fair design kann und ich könnte darüber jetzt ewig reden aber ich weiß damit hole ich wieder nur sehr wenige Leute ab aber was zählt ist dass ich es erfahren habe ich habe es erfahren nach solchen Erfahrungen ich habe so oft in meine Hände gebetet und mir laut selber gesagt Ferdi das musst du niemandem erzählen das musst du niemandem erklären weil wenn ich das versuche zu erklären Leute denken ich bin komplett verrückt die können damit viele eh nichts anfangen die können das nicht nachvollziehen und ich will Leute da abholen wo sie sind und mir nicht darauf rein runterholen wie sehr ich es gecheckt habe und wach ich bin aber ich weiß was ich selber erfahren habe ich weiß meine Wahrheit deswegen können mich Leute so viel haten wie sie wollen und das juckt mich kein bisschen weil ich weiß es hat nichts mit mir zu tun weil ich wirklich weiß wer ich bin know thyself kenn dich selber und die meisten kennen sich nicht weil sie ja nicht die wissen ja nicht mal was sie excited weil sie halt so das machen was hier Gesellschaft und da und da 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 und dann so busy sind mit irgendeinem Shit den sie gar nicht machen wollen und nicht mal reinhorchen wer bin ich eigentlich hallo geh mal mehr deiner inneren Stimme nach find dich mal mehr und mehr selber ah das bin ich mein authentisches Ich ja hier lang und ich weiß wer ich bin deswegen wenn Leute ein Bild von mir malen wollen ein hässliches Bild von mir malen da weiß ich so ey ich weiß doch wer der Ferdi ist das bin ich nicht so ich gehe hier mit meinem maroon red long sleeve von vegan savage.com einfach diese nice and frequency gehe ich durch die Stadt hier in Akiyaka in der Türkei und da kommt diese Person die sagt so ey dein blaue long sleeve ist so hässlich dass du damit rum und ich so ich gucke so runter blau hä ich hab doch nichts blaues an wie was okay bye einfach nur okay verstehe ich ja gar nicht so hat ja nichts mit mir zu tun wovon redet die Person und sowas für mich so Leute malen ein Bild von mir und ich so ja würde diese Person existieren so wie die die malen da wäre ich auch so okay wow warum macht die Person das aber ich weiß doch dass ich das nicht bin da ist so gar nichts in mir was so ich muss mich rechtfertigen ich muss mich erklären ich muss geliebt werden nein ich liebe mich selber und ich weiß wer ich bin und ich weiß dass das was Personen malen projekzieren ihre Ängste sind und das bin ich nicht und wenn ich wenn ich so diesen Drang hätte ich will darauf reagieren ich muss mich rechtfertigen dann würde ich was davon glauben und sowas in der Vergangenheit ich wurde übelst gehatet übelst gehatet von nahestehenden Personen und das ging mir nah und da bin ich einfach so dankbar weil ich hab da ja dann zu einem gewissen Grad reingekloppt sonst würde ich ja nicht so darauf reagieren dass ich darauf reagieren will und deswegen danke ich die Person weil da waren Dinge die hab ich an mir nicht geliebt und da durfte ich hinschauen und die liebe ich jetzt zu 100% komplett so wie der Ferdi ist komplett komplett wenn ihr nicht wisst ich hab einen süßen Sprachfehler zum Beispiel GK und statt komplett sag ich komplett aber kein aber ich denke mir so manchmal das hat meine Higher Selfie sich ausgesucht sowas wie ein klein aber fein Sprachfehler dass es einfach für Leute mehr unterhaltsam ist mir zuzuhören damit sie dranbleiben und dann rappt der Ferdi und dann ist da sein Sprachfehler und ich hate den aber eigentlich ist es hier einfach nur cute und der nimmt sich nicht zu ernst und zeigt so ey er macht einfach sein Ding ohne dass es irgendwie perfekt wirkt weil das ist ja hier dies und das und er verspricht sich und er lässt alles drin und da sind keine Jump Cuts irgendwie charmant irgendwie zeigt mir das ich kann mich ja auch einfach zeigen so wie ich bin und da hat er jetzt noch eine fette Narbe am Bauch und geht durch seinen Bauchnarbe der hat nicht mal mehr einen Bauchnarbe und ist trotzdem immer oben ohne so der fühlt sich einfach wohl in seiner Haut ey mit so einer Narbe würde ich ja niemals oben ohne aber der macht einfach ja dann da ziehe ich jetzt auch einfach mein T-Shirt aus obwohl ich hier eine Muttermal habe was ich so verachtet habe und mich geschämt habe aber jetzt integriere ich es und liebe es liebe es wirklich weil ich weiß was ich sage das erfahre ich und ich liebe mich so wie ich bin und ich liebe alles an mir weil das macht mich einzigartig weil alles andere gibt es hier schon danke Ferdi danke dass du dein Licht scheinst mit all dem oder ohne all dem ohne dem perfekten Deutsch ohne Bauchnarbe wow wo war ich denn da schon wieder ich wollte irgendeinen Bogen spannen aber ich glaube ich weiß nicht wo der Bogen angefangen hat achso ja dass ich diese Erfahrung niemanden niemanden erklären muss aber deswegen ist es halt so schön Leute in meinem Leben zu haben wie Britney die mich halt wirklich versteht ich wünsche für jeden da draußen may you attract souls that speak your language that you never have to spend the rest of your life translating your soul jetzt versuchen wir das mal auf Deutsch mögest du Seelen anziehen die deine Sprache sprechen dass du nicht den Rest deines Lebens auf der Suche bist und dich immer übersetzen musst ne auf Deutsch fühle ich es ja nicht aber ich habe es auch nicht gut übersetzt und das ist so schön und ja und deswegen wieder zurück zu kommen wie bei den letzten Podcasts ich möchte hier einfach einfacher reden und über Dinge und deswegen habe ich auch hier jetzt in diesem Podcast darüber geredet genau spannen wir mal diesen Bogen weil vor zwei Podcasts glaube ich habe ich ja so was ist Realität darüber viel geredet und da war ich so Ferdi wieso redest du darüber so viel komm viel mehr auf die Formel zurück denn das ist es ja was für die allermeisten relevant ist so die allermeisten folgen noch nicht ihrem Excitement und dann who cares ob die quote unquote checken Structure of Reality Spirit all diese Dinge so was können sie wirklich im Hier und Jetzt anwenden das Wichtigste ist es quote unquote das Wichtigste aber so fängt Aufwachen an zu sich selber zu finden sich selber zu lieben wer bin ich denn eigentlich wer bin ich denn eigentlich und deswegen will ich viel mehr wirklich erklären und ich weiß wie gut ich es erklären kann an unendlichen Beispielen man selber zu sein seinem Excitement zu folgen was ist wirklich Excitement das wirklich so wie im Kindergarten weil wir haben es ja nie gelernt in der Gesellschaft und deswegen hier ist der Ferdi und wir hängen einfach zusammen ab was gibt es für eine geilere Schule wo wir einfach Spaß haben wir chillen hier zusammen ich bin hier ganz komfortabel fühle mich gut in meinem Körper ich lade dich ein lass mal einen tiefen Atemzug nehmen und einfach auf entspannt wachen wir zusammen auf und ich bin hier der Ferdi ist da ich bin an deiner Seite und ich war da schon und du machst es auf deine Weise deswegen da war ich noch nicht so wie es du machst weil was fehlt bist du aber glaub mir ich und viele anderen waren da schon du denkst so oh auf einmal meine Freunde keiner versteht so ich bin für die so weird geworden weil ich jetzt mehr mache was ich liebe was ich so nice finde aber die Reflexion von meinen Eltern und Gesellschaft die sagen mir alle mit mir ist was verkehrt glaub mir ich war da schon und ich bin quote unquote stark geblieben ich zu sein und was passiert wenn du mehr und mehr du bist du kriegst diese Reflexion die sind wunderschön und ich hab keine Lust mehr mit Leuten in einer Beziehung zu sein wo ich nicht ich bin weil wenn ich mich verstellen muss damit ich mit diesen Leuten sein kann dann bin ich ja nicht in einer Beziehung mit Personen wo ich wirklich ich bin und ich hab nur noch Lust mit Personen in einer Beziehung zu sein wo ich ich bin und das ist auch das liebevollste was du anderen machen kannst wenn du wirklich du bist wenn du dein Licht scheinst so kannst du am meisten anderen Leuten helfen weil dann sehen sie wenn er scheinen kann dann kann ich auch und vielleicht triggert und challenged sie das gerade übelst und sie haten das und das sind einfach ihre Ängste und wenn es wirklich wenn sie das rausschreien ah da 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 mit dir ist alles verkehrt du bist da 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 und dann kommt alles auf den Tisch dann dürfen sie mal alles auf alles hingucken weil die wissen doch wie bescheuert das klingt was die sagen die versuchen sich dann irgendwas zu klammern und oh Drogen da verrückt und sehen so ich hab überhaupt keine validen Punkte mehr bringen alles auf den Tisch und können mal selber da hingucken und können dann sagen ey ich will auch ey magst du mir auch helfen ich will auch mitspielen ich will auch ich sein und meine DMs sind voll mit ich ich will auch ich will auch Ferdi und die von meinen Freunden it's the transformational age we all waking up manche schneller manche langsamer zumindest in die Realität in die wir schiften in die ich schifte und da höre gerne meinen vorletzten Podcast über Realitäten an und über shiften aber ja ich kann verstehen wenn das manchen Leuten zu weit ist deswegen ruhe ich zurück back to the basics und will auch mehr über meine Challenges reden und wenn ihr heute einen Challenging Tag hattet habt hoffe ich dass euch der Podcast dass ihr euch selber ablüften lässt und I got you back so wir sind alle hier in dieser menschlichen Erfahrung zusammen wir sind eine große Familie und the transformational age seht euch als Krieger des Lichts das Produktivste was du machen kannst ist an dir selber zu arbeiten denn je mehr du dein Licht scheinst desto mehr kannst du für andere scheinen andere helfen und je mehr wir zusammenhalten und alle wir 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 selber sind und uns verknüpfen desto mehr wollen alle dazugehören das ist das neue Mainstream wir sind das neue Mainstream wo wir uns selber lieben wo wir eine Gesellschaft kreieren auf Säulen die auf der Liebe beruhen und nicht auf Angst auf es ist nicht genug auf wir müssen die Illusion von Power kreieren und du läufst mir nach und diese Hierarchie und das ist sondern auf der Liebe und wenn du das fühlst dann fühlst du es und wenn nicht dann nicht und wenn es dich so richtig juckt was ich hier sage na dann kratz dich einfach danke für's Einschalten bis zum nächsten Mal wenn ihr mich supporten wollt das Beste was ihr machen könnt empfehle dem Poddy dem Freund der Freundin Peace out why do we choose to come back here because you have work to do what is that work to live your life to experience the self you have chosen to be in this format I'll put it to you on a grander scale many of you and we a little bit hear this in the undertone of your comment many of you somehow assume that the timeless state is the thing that should always be there as if that is somehow better than time and space timelessness is grand and you can learn to use it but the idea is is that you want to experience you want to experience experience can only be had in time and space change takes place in timelessness but because change takes place in timelessness you have no experience to remember of the change you're simply different and then you have an experience of the difference but in order to have an experience of the difference you have to have time and space you want to admire and appreciate the mechanism of creation and so you have created a place wherein it's possible to have time and space in which to experience the act of creation itself instead of the pure creation which takes place in timelessness and of which you can have no experience and thus no appreciation did that make any sense it did I'm still puzzled why come through you or why what is my connection with you or with your simply that there are those of you that will be similar in vibrational frequency to those of us and thus like attracts like and one final question I was doing some channeling for a while can you tell me who the beings or the being who were speaking through me I couldn't get any information then I will also do you no such disservice remember the labels are not important for many of you for now it would actually be in your best interest if you were not to differentiate the idea into a concrete personality because the idea is that you're simply supposed to go with the feeling and the message and not stick a label on the messenger you know that that hasn't worked very well in your history and I don't mean you personally I mean the human history when you focus on the messenger the message well you know goes in that appliance that you flush so for now allow yourself to simply focus on the feeling and not worry so much as exactly who where what when why how but just the idea of the experience thank you then you are doing exactly what you need to do thank you Bishar I'm the man